Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir sind hier noch in The Forest. Wir haben ja jetzt geschlafen, gespeichert. Jetzt stellt sich die Frage hier runter oder da lang. Hm. Was sagst du, Mathilde? Hier? Dann gehen wir mal da lang. Aber ich nehme jetzt mal, ähm, ja, das Standardwerkzeug. Helsig. Boah. Soll das so? Tut das so? Not. Hm, wir hören so einen Sohn. Oh, hier gibt's Kästen, Kisten mit irgendwas. Bestimmt Dynamit. Ja. Kann aber nur fünf tragen. Verdammt. Und Kaffeebecher. Ah, dafür brauchen wir Dynamit. So, wenn wir eins geworfen haben, können wir eins wieder nehmen. Mal ein bisschen Piepen auf den Ohren und schwebende Steine. Sind jetzt weg. Äh, wir sind raus. Wir müssen mal kurz gucken, wo wir rauskommen. Der Weg war vorher versperrt. Und wir sind im Schneegebiet. Musik. Ein Flugzeug. Timmy. Bild ist fast verbrannt. Hä, was? Warum kuckelst du jetzt das Bild weg? Musik. Soll ich mich verarschen? Ja, dachte ich auch gerade. Aber da hinten ist ein Teil vom Flugzeug, wenn ich das gerade so sehe. Schneehase. Ey, hier hinten waren wir noch gar nicht. Wir merken uns ganz kurz diese Stelle. Das ist doch ein Flugzeugwerk. Ganz kurz, ganz kurz. Ja, frieren. Wir frieren. Ah, hier gibt es eine Leuchtpistole. Und eine Zeitschrift. Ich glaube, jetzt habe ich das Problem. Was denn? Auf der Zeitschrift? Ja. Warte, weil, ja. So ist es scheiße kalt und wir brauchen Stöcker. Hier ist kein Busch oder so, ne? Ah, Stehhase, komm her. Die lachen mich aus. Äh. Wo war denn der Eingang wieder? Nee. Oh. Haben wir noch so gesehen. Scheiße. Wo war der? Ich friere. Die sind rausgekommen und haben das da hinten gesehen. Definitiv. Hä? Ja, nö. Nee, es ist zu weit. Da ist der Ausgang wieder zugegangen. Hier, das ist ein Geräusch vielleicht. Nee, wie ist es falsch? Ach, ach, da. Ach, wieder rein. Schnell, schnell, schnell. So. Hatten wir schon eins gebaut? Wir müssen ja eh den Gang zurück. Gehen wir mal ein bisschen Gas. Wir essen gleich. Weil wir haben ja keinen Waschbär gefunden bisher. Und dann konnten wir ja bisher ja auch keinen, ähm... Ach, da ist es ja. Ah, Feuerchen. So. Jetzt wird uns wieder warm. Jetzt haben wir das Bild von Kimi verbraten. Essen wir mal was. Trinken. Wir brauchen doch hier diesen Reservekörper immer noch. So, jetzt müssen wir... Zeitschrift. Ja, Mathilde hat recht. Zeitschrift. Oh ja. Aber TV-Stars-Wife da ist. Ähm... Das sind dann wir. Das ist dann Timmy. Und wir hatten eine... Eine Ehefrau. Aber das war jetzt nicht, äh... Hier die Megan, oder? Die Megan war ja Mädchen. Hm. Hilft nix. Wir müssen weiter. Also wenn das jetzt das Ende war, bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber wir brauchen doch einen Körper. Ich guck gleich nochmal ins Büchlein. Aber da stand doch irgendwie... Und einen anderen lebenden Körper. Ne, weil Megan konnte man nicht reinpacken. Die war ja dann doch tot. Wir können uns nicht opfern. Das wäre, glaub ich... Ah, da... Da ist auch wieder so ein... Teil für eine Tür. Aber gar nicht tief. Jetzt haben wir hier verkisten. Hier ist wieder Dynamit. Hm? So, unten ist einfach nur so ein Stromgenerator. Viele Kaffeebecher. Pfeile immer her damit. Und das sind diese komischen Leuchtstäbe. Oh, wir können da... Irgendwelche komischen Geräusche. Die, die man hört. Okay, gegessen haben wir. Getrunken haben wir. Ich esse dann nochmal einen Snack. Leuchtpistole haben wir jetzt. Mit fünf Schuss. Wir haben auch nie den Flammenwerfer hier getestet. Mach das jetzt einfach mal. Wow. Hm? Ja, ja. Weil dann verbrauchst du das halt. Ich wollte es mal testen, aber ich habe nie getestet. Ich glaube, die Leuchtpistole nehme ich jetzt auch einfach mal in die Hand. Das testen wir einfach mal. So, wir brauchen hier irgendwas Tolles. Ich kann die Steine? Normalerweise vier, fünf Steine, aber ich kann da nichts draufpacken. Warum das denn nicht? Liegt hier irgendwas, was ich noch einsammeln muss? Da traf ich jetzt nicht. Da traf ich jetzt nicht. Weil die Türen brauchte ich immer bisher nur einfach ein, zwei Steinchen. Naja, ein, zwei nicht, aber fünf oder so. Und dann ging das. Kann ich das nehmen? Mach auf da! Ja. Hm. Feuchte Höhle? Nö. Finde Timmy haben wir abgehakt. Erkunde den Felsvorsprung. Erkunde feuchte Höhle. Das ist ja... Das Lebenopfer ist weg. Oh, finde ein neues Opfer. Stimmt. Stimmt, ist aber jetzt auch weg. Warum ist das weg? Was sagst du, Mathilde? Ich glaube, das ist nicht. Ja, ich glaube nämlich langsam auch, dass wir doch vielleicht das Ende gespielt haben. Hm. Warte mal. Oder wir machen folgendes. Wir machen mal kurz Stopp. Gehen mal ins Hauptmenü zurück. Gehen mal auf Spiel beenden. Wir gehen jetzt... Wir laden nochmal und gehen diesmal nicht raus. Ups, jetzt war das Spiel beendet. Dü, 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 dü. Dü, dü, dü. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Wenn jetzt was Schwarz bei euch ist, das soll so sein. Das ist so. So. Einzelspieler weiterspielen. Gucken wir mal. Wir gehen jetzt nicht raus und verbrennen nicht das Bild. Weil Mathilde hat recht, das war vorher, bin ich der Meinung, wir sollten ja einen zweiten Körper suchen. Gucken wir jetzt nochmal drauf. Finde die vermissten Flugpassagiere und finde ein lebendiges Opfer. Ah, die letzten Flugpassagiere waren wahrscheinlich die Leute da im Cockpit. Wie sieht das überhaupt mit der Liste aus? Mit der Flugpassagierliste? Haben wir nicht da eine Liste gehabt? Ist ja egal. Ja, doch, wir hatten eine und zwar hier. Das ist ja krass. Uns fehlen wirklich nur noch die beiden Kapitäne. Oder einen davon. Dann haben wir sie wirklich komplett. Cool. Na gut. Wir gehen jetzt einfach nochmal hier runter. Vielleicht ist das so ein Wendepunkt, so ein Entscheidungspunkt, den ich nicht verstanden habe. Dass wir entweder raus können oder weiter und, äh, ja, keine Ahnung. War der Lichteffekt da rechts auch schon vorhin? Ich bin mir gerade nicht sicher. So. Essen. Trinken. Hat er gerade was durchgestrichen? Puduliste. Finde ein lebendiges Opfer. Das wollen wir doch. Ist trotzdem gesperrt. Warum ist das gesperrt? Das habe ich vergessen. Schmeiß jetzt einfach mal Dynamit ran. Schmeiß jetzt einfach mal Dynamit ran. Cool. Man kann Sprengstoff auch daran montieren. Ähm, montieren. Ah, perfekt. Genau. $0. $0. Nein, Mann. $0. $0. Was brauche ich, um da weiterzukommen? Ein Dreieck, ein Schädel, aber wir haben nichts Dreieckmäßiges. Hopf drauflegen geht auch nicht. Stein. Ja, aber normalerweise kann ich ja interagieren. Aber normalerweise war es immer so, dass ich auf diesen Dingern immer Steine gelegt habe und dann war es das. Von Meghan hat man nichts bekommen, ne? Da drinnen geht echt die Disco ab. Was haben wir übersehen? Hm. 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 Ich bin mal quasi wieder hier. Hier, es geht nur mal ein Stück zurück. Alles ja getraut. Alles ja getraut. Alles ja. Ach Mensch, wie sind wir da hingekommen? Ach Mensch, wie sind wir da? 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 Ach toll, ich komme nicht zurück. Moin moin. Und da sind wir wieder. Ich habe mal einen Cut gemacht, weil es gibt hier anscheinend mehrere Enden. Und das Problem war, dass ich nicht mehr zurückkam. Ich muss mal gucken, wie ich das schneide. Das Problem ist, wir müssen hier jetzt was machen. Und ich konnte ja nicht mehr durch den Fahrstuhl hoch. Das heißt, ich durfte noch mal einen Safe-Punkt davor machen. Der war natürlich schon über eine Stunde. Da musste ich irgendwie erstmal wieder lange, lange spielen. Äh, Megan töten. Ich habe ja letztes Mal gleich diesen Computer gesehen und einfach ausgeschaltet, ohne zu gucken, was los ist. Ähm, weil wir müssen hier... Wir brauchen ja ein anderes Opfer. Das heißt, wir müssen da jemanden runterholen. Hier sehen wir auch eigentlich mal die ganze Insel, wo wir uns bewegt haben. Ist gar nicht so groß, wie ich am Anfang dachte. Aber es wirkt erstmal groß. Na gut. Drücken wir mal Knöpfchen. Press Conf... Achso. Jetzt gucken wir auf das Bildchen wieder. Im anderen Ende haben wir es ja verbrannt. Und Nu? Machen wir Nu damit. Nochmal drücken. Press Confirm. Activate. Okay. Achso, ich muss alles mal wegpacken. Jetzt gibt es eine Animation. Guck links und rechts. Gesundheit, Mathilde. Gesundheit. Gesundheit. Alle guten Dinge sind drei. Three matches in... Achso, was gibt es denn hier? Thomas. Und Kevin und Sally. Ah, wir können... ...die Flugzeuge scannen nach Kindern. Okay. Praktisch, dass er im Flugzeug jetzt ist. Wir haben es ja auch... Äh... Da kommt es. Äh, wo stürzt es denn ab? Hallo? Oder geht er gleich automatisch dahin? Das wäre natürlich super duper. Hallo? Bill? Ein Jahr später. Achso. Schau an. What's up, Bill, John? My next guest is a TV star, author, and real-life plane crash survivor. Here talk to us about his new book, Rescue, along with his son, Timmy. Please, give it up for Eric LeBlanc. Tja. Reaxe, die wir nie gefunden haben. Nice to meet you, man. That's one hell of a story. So let's jump right into it. Äh, Grafik Bugs? Das Kind guckt so komisch. Das Kind guckt so komisch, man. Oh, der Plane crash. Look, you can sit on the cover. I feel like you're really blurring the lines here between fact and fiction. Oh, is that the action? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a set-up right over here. Come on, don't leave me hanging. Come on, everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Yes. Well, come on, everyone. Yes! All right. Grab Timmy and let's head on over. Timmy cooked in the sink for me. Why don't you step down? I got my axe. Where do you hold this thing? Oh, oh, like this? Here we go. Oh, we have him with the bad thing. Oh, we have him with the bad thing. Oh, but it's been a long time. Oh, it's been a long time. It's been a long time. Oh, it's been a long time. Oh, I'm so sorry. Also, er hatte noch die Augen aufgemacht. War er jetzt tot oder hat er jetzt noch gelebt? Hm. Also, mit dem ändert er sich jetzt... Ach, es geht noch weiter. Oh. Bisschen. Okay. 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 Hm. Also, der Junge hat dann überlebt? ist in die Pubertät gekommen. Mit 17 schon Alkoholiker. Ich glaube, irgendwann stand er gerade mit 17. Er sah aus wie 17, 18 Jahre alt. Oder kämpft täglich gegen diese Mutation. Das kann natürlich auch sein. Das lässt jetzt alles Begegründe offen. Es könnte aber auch sein, der Blick auf die Stadt, dass die Stadt der neue Wald ist und er der erste Mutant quasi. Tja, auf jeden Fall ein Ende, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Stellt sich nur die Frage, kommt hier nach noch was oder ist das jetzt alles gewesen? Ich hasse das, wenn man das nicht wegdrücken kann bei Spielen. In dem Film gucke ich das auch eigentlich nicht. Ich spiele es immer vor. Tja, kommt da noch was? Kommt da nichts mehr? Fragen über Fragen. Ah, hier kann man die eine in einem Zettel besser lesen. Cross, Sheena Matthew Cross. Also Jessica und der Vater war doch Matthew Cross. Die vermutete Arzt. Ist ja auch schön. Da muss man eine Tochter echt mögen, wenn man sie selbst mit irgendwas infiziert. Na ja. Gut, ich werde jetzt mal einen Break machen und ja. Dann war es, dass wir zu vor ist. Mal gucken. Vielleicht werde ich es irgendwann nochmal spielen. Und ja. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, liken, kommentieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.